Willkommen zurück zu Stardewilly meine Freunde, ich bleib hier überhaupt in dem Video-Attack-Gloss, nein! Was? Hallo Frau? Ich hab jetzt gar nicht gelesen, egal, der erzählt immer nur den Geilchen Scheiß, also... Genau! Wir gehen einfach mal hier rum, so hast du ein paar Töpfchen schon... Nein, du sollst die da reinlegen. So, dann können wir den Attack hier reinschmeißen, so haben wir das schon mal weg. So, weiter geht's. Hallo, 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 ich bin der Fio. So, ihr könnt mich bedanken, wenn ihr Kaninchen mal anfangen würdet, auch mal diese Hasendinger zu produzieren, damit ich das endlich mal dem Gemeindehaus abgeben kann, weißt du? Gut, dann schmeißen wir hier ein Ei rein, da ein Ei rein, hier ein Ei rein und da ein Ei rein und irgendwie... Ich hab das Gefühl, dass hier noch Eier fehlen. Obwohl ja ganz schwer stimmt, hier war das ja so. Stimmt ja, in dem einen Tag war das ja so ein bisschen an, hm. Oh, hier war es schon wieder offen, wenn man weiß. Gut, zuerst mal ins Smelken und alles. So, dann mit Kühe getten. Genau, Schweinchen sucht man nach Trüffel. Hä, das merkt die Kuh. Es steht da, steht die ganze Zeit vor der Kuh. Merkt das Schöster nicht. So, wir wollen noch die braune Kuh hier melken. Dann brauche ich nur eine braune Kuh. Ich fühl dich voll diskriminiert, ey. Das find ich nicht okay. Und die Kühe müssen sich alle wohlfühlen. So, nur ein... ...Trüffelchen bekommen, wow. So, und dann noch so, zack, zack, zack. So. Da hat der Kuh verkauft, der wird verkauft, der wird verkauft und der wird verkauft. So. Könnte einen da jetzt auch mit dem Trüffel finden, danke. Na gut, dann halt nicht. So. T-t-t-t-t-t. So, können wir hier irgendwas ernten? Ist das hier schon erntbar? Könnte man fast malen, ne? Ich probiere es einfach mal aus. Mein Werkzeug. Liegt da drin. Sie müssen noch eine Gießkanne machen, oder? Ne, noch nicht. Okay, gut. Dann nicht. So, können wir hier rein. So, haben wir hier noch was drin? Ah, wir haben den kompletten Trüffel fertig. Das ist doch schön. Und hört mal auf zu klabern mit, nicht klabern. Mein Gott. So. Gut. Tatame, 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 Tatame. So, wir müssen nämlich schnell durchgehen. Gut, alles klar. Ähm, wir brauchen... ... unsere Spitzhacke. Eigentlich. So, ich nehme jetzt einfach nur mal... ... ich glaube nicht, dass sie fertig sein wird. Aber egal. Ich nehme trotzdem einfach mal... ... 5 Iridium mit. Dann mache ich einfach mal die Achse. Da taue ich dann direkt rein. Mach ich einfach so. Und das zum Schaden ist alles gut. Ja, Mixed Seeds. Wow. Wollte ich schon einmal haben. So, wir gehen... Nee, das war falsch. Das war auch falsch. Mann. Nein. Fuck. Da, jetzt haben wir's tauern. Mann. Ah. Schlimm, ey. Ist das fertig? Jawoll, fertig. Fertig. Nice. Wir haben eine Iridium-Spitzhacke. So, erstmal die Gion wegkloppen hier. Oh, das sieht cool aus. Da kann man sich die Sachen nicht so auf den Tisch stellen oder so. Das finde ich cool, wenn das gehen würde. Was haben wir mit den ganzen Scheißen? Oh, sogar zweimal haben wir's jetzt sogar schon. Oh, ja. Iridium. Nice. Wir können die Iridium machen. Wuhu. Und... ... ein Computer. Dwarf Gadget, ja, ja. So, gut. Dann, äh... Hier. Mach mal meine Iridium-Spitzhacke. Danke. So, haben wir das nämlich auch schon erledigt. Wuhu. So. Dann gehen wir eben hier und gucken, ob der das irgendwas dann haben will. Dann lass mal, büben wir jetzt an Müll rum. Schade. Nix drin. So. Willst du irgendwas davon haben? Ne, will er nicht. Okay, cool. Danke. Deck fürs Gespräch, du Arsch. Nimm doch einfach mal alles Sachen, die ich hier finde. Bitte. So. Es wird sich alles langsam begrüßen. Äh, lila hier. Bäm. So. Würmer. Würmer. Ich bin ein bisschen brutal, oder? So. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du hast schon die ganze Zeit dicht im Kopf. Ach ja. Es ist traurig, wenn du jetzt einfach so ein Spiel, wo du einfach ein bisschen abschalten kannst. Wenn du mal nicht abschalten willst, gehst du halt in die Mine und battelst dich da. Das bietet einen guten Mix. Also, Harvest Moon zum Beispiel ist dann einfach nur ein Spiel, da kannst du abschalten. Eigentlich. Du kannst dann, du hast dann da nicht wirklich Action. Einziges Action mäßiger, was du bei, war hier bei Geschichten zwei Städte, wo du dann von Fledermuss angegriffen wurdest. Wow. Das Action pur. Let's. Sorry. Batwings will ich nicht. Ich will nicht Batman werden. Sorry. So. Gib mir hier hoch wieder. So. Warum haben die alle nix in ihrem Müll drin? Stimmt. Ich wollte eigentlich noch mal zum Dickson zu gehen. Ich müsste eigentlich auch mal... Es ist Sunday. Ich muss nämlich mal Fernsehen gucken. Ich muss echt mal langsam anfangen, hier die ganzen Rezepte zu machen. Das hat auch nix. So. Was hast du denn hier leckeres zu essen? Ich muss doch extra an deine Kasse gehen. Das klingt irgendwie komisch. Graf surprise. Aber den kaufen ich einfach mal. So. Dann werde ich mir selber mein ganzes Essen zaubern. Und dann können. Stimmt, ich hab die ganze Zeit gar nicht geguckt, wie er in Auftrag hängt. Ups. The goal. So. Zack. Wird auch voll der Mess hier irgendwie. Dann fang ich auch später an alle Fische zu sammeln und so. Erstmal hier das Video einschmeißen. So. Erste Aufgabe des Tages. Haben wir hier für was irgendwas? Ich glaube nicht wirklich. Nein, nein, nicht wirklich. So hier. Kommt der Stein rein. Und das ist wichtig. Und der Clay natürlich. Nicht vergessen. So. Gehen wir erstmal hier eben rein. So. Düt, düt. So. Dann kommen wir das hier einfach rein. Ah. Wir haben echt schon gut Essen da. So. Dann schauen wir mal eben hier. Und das da rein. Schmeißen. Das da rein. Schmeißen. Das hier. Und das. Ne. Okay. Das geht alles nüch da rein. Ah guck mal. Da haben wir das Ding. So. Zack. Zack. So. Das sind alles Muscheln und Ziz. Zack. Muscheln waren. Hier. Genau. Zack. 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 Ich hab die jetzt einfach mal auf. Schau mal die gebrochen hat. Haben sie nicht, dass das selbsteste Schaf geschaut werden muss? Ich steppe. So. So. Ja. So. Zack. Ich hab nix gemacht. Lasst mich doch mal durch hier. Mein Gott. Oh. Ich glaub ich hab eben noch eine Wolle hier. Drinnen. Ja. Wird schon mal mitgenommen. Hoppala. So. Geht mal weg hier. Beiseite mit euch. So. Das ist alles nur drin. Sofern wir jetzt nicht noch irgendwie. Die. Hat der. Trüffel hat aber auch nicht so einen schönen Spruch. Oh doch. Da liegen zwei Stück. Ups. Ne. Nimm die mal. Da. Ja. Hat der jetzt gerade noch einen. Er hat noch einen Trüffel gebohrt. Gebärt. So. Und jetzt ist das ja okay. So. Gut. Ein Trüffel am Überschuss jetzt sogar. Das ist schön. So. Ich muss anscheinend in der Nähe sein. Die Trüffel produzieren die Schweine. So. Trüffel rein. Verkaufsladen offen. Zack. So. So. Wo ist denn sowas? Okay. Blöp. So. Und wie vielleicht nimmst du jetzt was gesammelt werden will? Leider nicht. Ein paar Pilze. So. So. Wunderbar. So. Ich werde da noch mal in die Mine gehen. Jetzt ne. Ich hab jetzt mal ne Hacke. Guck mal aus wie stark die ist. Da ist die Wand kaputt. Dann muss ich das machen. Mach ich gleich. Gleich repariere ich schon mal die Wand. So. Erstmal gehen wir in die Mine. Oder erstmal gehen wir ins Quala. Oder was heißt das? Wie heißt das? Cowan. Ich weiß nicht wie es ausgewogen wird. I don't know. Ist mir auch egal. So. Zack. Alles wundet hier. Wieso liegt da Holz? Wieso liegt hier gar verdammtes Holz? So. Das schreckt mich nicht auf. So. Ach wow. Steine. Und zwei. Oh ok. Ein Kupfer. Ein Kupfer sag ich. Eine Kohle. Das war das richtigste an dem Tag. So. Dann gehen wir hier hin. Dann verkaufen wir immer unseren Stuff. Den wir hier gefunden haben. Wieder mal. So. Bäm. Und Bäm. Pirate Swords. Für den echten Piraten-Teisch. So. Dann gehen wir in die Mine. Kloppen ein paar Viecher weg. Hoffentlich habe ich schon endlich bald das auch alles abgehackt. So. Dann gehen wir wieder in die unterste Ebene. Dann sollten wir hier was verkloppen. So. So. Oh ich bin relativ gut schon getroffen. Na ja. Da kann man auch Schaden machen das Vieh. Vor allem wenn es eingekesselt ist heißt er. Wenn ich einfach nicht drankomme. Lack den da mal hier weg. Zack. Ah da ist ja die Leiter. Wunderbar. Und die kann ich einfach tot sprayen. Aber so viel mehr bringt das jetzt auch nicht. Ich brauche mir noch zwei Schwierige für das Gold. Was bitte sterben du Scheiß. Fledermaus. Danke. Glaub ich hätte ich das jetzt so lange gegen die Fledermaus gemacht habe. Jetzt kommt noch so ein Scheiß Vieh. Es gab doch jemand anderen mal die ganze Zeit immer noch Hitsits. Das ist das Schlimmste dass sie mich auch noch trifft. Weil ich echt zu fehl bin um die abzuwehren. So ich hoffe wir kriegen noch ein paar Gehoden hier raus. Hallo Ausgang. Wo bist du? Zeig dich doch mal. Hallo? Ich werde mal eine Gehode bekommen. Wenn es möglich ist, werde ich morgen noch mal in die Wüste minen und versuchen noch mal ein bisschen die Regiment zu schaffen. Endlich. Die haben mich gerade so angelacht, deswegen musste ich die töten. Na kommt daher. Wenn ihr euch traut. So. Easy geweckt. So. Yo. Wow. Eine Kiste voller Steine. Mine. Hätte ich jetzt nicht erwartet ey. Krass. So. So. Da sind noch mal Kisten. So. Mit einem Hit. Killed. Muss. Was. Gekillt haben. Was hab ich die ganze Zeit gekillt? Und so. Das ist ja voll. Tootscreen. So. Jetzt muss ich jetzt mal hier wieder. Das liebe ich ja so ne. Ewige Suche. Na gut. Nimm mich die fuckleit mit. Hallo. Ausgang. Ausgang. Wo bist du? Ich such dich. Hallo. Ausgang. Ich will nach Hause. Oh. Das ist der Ausgang. Ja. Kohle. Nice. Oh je. Das hab ich kassiert. Aua. Ich kassier geworden nicht. Ich muss aufpassen. Da ist Magica nie da. Wieso hat die mich getroffen? Lauf doch nicht weg. Wie der weg läuft. Oh. Ein Kupferbauen hat der fallen gelassen. Das ist aber sehr nett. So. Gucken wir uns noch die nächste eben an. Mal gucken. Gucken wir uns noch die nächste eben an. Wenn wir es schaffen. Sollten hier jemand mal zu kriegen. Hallo. Und endlich. Ach ne. Na da hab ich keinen Bock drauf. Ciao. Ja. Jetzt hab ich wieder hier gefunden was ich verkaufen kann. Boah. Ist so nervig den hier zu finden. So. Also den. So. Das kommt da unten rein. Äh. B-b-bim. Das kommt da unten rein. So. Das kommt in die eine Kiste. Das kommt alles oben rein. So. Das tue ich auch. Und nochmal Special Kiste. So. Das kommt da rein. Äh. Das kommt hier rein. Zum Schmissen. Dann sortieren wir das bald nicht einfach mal. Das kommt noch oben. Das kommt hier in die eine Kiste rein. So. Kommt auch noch in die Kiste rein. Du kommst da links rein. So. Gut. Mal eben grob vorsortiert. So. Ja. Jetzt mal hier ran. Zack. so, jo, sieben, ich meine sieben Kupfer haben wir jetzt schon, äh sieben Kupfer, sieben Kohle haben wir jetzt schon wieder, so, zack, zack so, das passt da und das, so, das kommt hier rein, da weißt du jetzt natürlich einfach die Waffen hier rein, nicht so lange dann schmeiß ich einfach so lange da rein, so, zack, äh, geht hier oben noch rein, blüpp, 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 blüpp du, 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 okay, nur die kommt hier rein, so, du kommst da rein und du kommst da rein, topper ist sein, sonst kommt auch schon, wow, nice gut, wir gehen schlafen und wir schauen, was wir kriegen oh, 12.000, so, okay, gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde, haute rein, ciao, ciao